jo leute willkommen zurück zum tag it light minecraft adventure map nein eben nicht mir passt das war so lustig das richtig und lustig hauptsache deine ansprache war jetzt besser ja die war eindeutig besser das war klargestellt das ist einfach lustig das ist einfach hässlich schnauze jetzt kommen zurück die man geht weiter markus ist dabei habt ihr schon gehört da wird schon wieder dumm rum sven das sagt mal nix wir machen unsere projekte weiter und ich wollte euch noch dies ding zeigen was markus fabrizierter das hässliche aber jetzt habe ich kein punkt alter ist hässlich alter auf strich wie viele brauche ich jetzt da noch 49 jetzt gehen wir kurz mal darüber ins dschungel biome guck mal das hat markus letzte folge alles gemacht ja zwei holzblöcke platzierten das ding hier berodet wie h dafür braucht der übernachstunde ich mal was in meinem leben ja wenigstens als irgendwann mal er hat nicht mal alles geschafft alles auf zusammen hier liegt noch so viel scheißdreck rum das nicht mal kriegt das nicht mal gebacken der junge haben doch du auch du bist das scheißdreck ich freue mich hinter dir schon auf wir haben keine putze obwohl sich obwohl das erst frisch gestartet habe sind ich sage nicht wie es bohren coole sache ja natürlich weil die tanzig geladen worden an der missgeburt alter hässlichen fast mir ja nee alter die ähnliche steuer vom spiegel oder heute nicht aber eigentlich 41 schilder im system das ist auch ein Mülleimer weil es aber praktisch ist keine schilder von schaust kann ich hier so Maya Tempel mit dem Maulat im hübschen loch war ja alt sind hässliche stück im b dauerkennen stellt Maya Tempel und die biege Maya dieser leckten bisschen ja es ist ein ist gut möglich meine leckte überhaupt nicht hält doch die blöcke kommen ja ja blöcke zurückkommen ist ja weil ich dachte ich so ja aber möglich sein ich lade noch bei hoch ja gut ja ja war es das war ich das war ist wichtig für uns haben wir morgen keine folgen also jetzt müsst ihr euch entscheiden was er wollte schlau anstatt das hochlädt schläft also wenn man so richtiger nicht einfach mal schlafen und dabei hochladen oder ist so ich bin eingeschlafen beim rendern ich bin jetzt hier weil du nicht keine hobbys hast markus kann ich nichts dafür ich habe keine hobbys und bei mir auch gar nicht beim bäume abbauen ohne problem hat mir auch ein bisschen ein leben alter ich habe auch kein problem irgendwas abzubauen ich weiß nicht was ihr für ein problem ist markus ist das problem erst das problem meiner mutter ist das problem ich weiß nicht was ich machen sollte auch kaputt hätten wir helfen vielleicht ich hab der letzte war geholfen bäume abgeholzt ja riesen nur einmal draufschlagen musst du die mann weg das ist arbeit leute ich habe jetzt schleim gefahren gerade beschleim alter und du bist der ist voll der schleim da ist noch ein schleim für was brauchen wir das eigentlich schleim ruby 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 auch tot alle dort wie wärst du mir den zahl eigentlich noch unten entlang machen um die burg rum dass die wenn die zombies oder so irgendwas an die nähe von dem ding kommen gleich kaputt gehen abgelehnt wegen der junge mein unseres wir werden mag es mal war ein Satz ohne Beleidigungsanlage hat er ja er kann ich sehe das geht nicht er ist wenn kann sie bei dir geht die die mieter oder verarbeiten wenn ich gar nicht vertrete nicht die sind ganz so anstelle alle weg bei freund guckte ich schon wie er hat schon wieder ein griefer zweng komm mal her komm her was er herrn ist alle kommt wieder die körper du wirst du kommst schnell nein wenn ich will kommen endlich jedes mal immer in dieser position sport ein creeper doch der ist ja gespawnt ja nicht so ein satz kommando ich hätte es fast nicht getötet ja weiß nicht was war das was dann block abgebaut was er ist jetzt mal ein paar frage ich weiß deine mutter mit schwänze lutschen das einzige gutes ist ja mein server ich kann mir einfach kicken damit die blöde nein du musst den bahn nennen kicken bringt nicht es so war nicht als ich doch nichts bringen also das kreis hat man dann wird alles scheiße aussehen mag es hat sich freiwillig hier entfernt vom team wir wollen wir ein weil ich entfernt Prozent beim Elbe Zufall er wollte ich gar freiwillig entwerfen er wurde freiwillig gegangen er wurde freiwillig gegangen ja gutes deutsch das war absicht du lappen es war nix mit absicht alter katholische deutsch waren guck dich im spiegel an alter ja ne du sollst dich angucken habe ich gesagt so jetzt habe ich alles ausgeleuchtet ja ich weiß dass er die aussicht immer genießen es ist kein creeper mehr kommt ich muss echt mal was wird gegen das licht tun ich weiß was doch der typen ist das weil ich erkenne nicht so gut was willst du kackt auf und dann hast du nicht so gut weißt du es gibt einfach nicht ein und dann kriegst alle das nieder ist nein im nieder ich fliege ihnen nein und vor allem die ohrsticks sind vor dass eine scheiße er ist er überlegt nicht du leckst du leckst irgendwas ja doch manchmal da so zu drops er hat er nicht der war das alles wieder richtig gut kann im kurs heißt die kloster im netter ab habe ich doch erst ab 2 6 mache ich auch gerade wieder in gerade im netter unterwegs weißt du dann rieb ich einfach die gar nicht das kann vielleicht der leck gewesen sein weil wir leckst ja nicht ja nähe wo dann rüber gespawnt ist die übertragung das ist da kurz da war ich schon drüben wo er gesagt hat leck da war ich schon lang drüben einfach mal von lappen lecking noch ein bisschen in der leitung vermehrt sich unsere kühe eigentlich ja oder nein nicht hast du auch geschaltet ich weiß nicht eigentlich was war ein solange weizen im system ist vermehren sie sich stimmt die wollte sagen die mehr als eigentlich dass sie sich vermehren aber aber auch noch nicht automatisieren ja das problem ist ihr wollt so viel von mir automatisiert haben er hat es einfach alles langweilig ist zu fahren sich erst einmal die solar dinge jetzt nach und dafür fahren nicht gehört ja ich helfe apropos ich helfe wollte erhält in diesem was brauchst du eisen brauchst du ein redstone hauptsächlich redstone eisen habe ich jetzt sage ich habe jetzt noch gefunden weil ich gehe mal runter in die männer will er ich grinser vier dinge halten aber aber im jahr ist wo der foto ja schon habe ich dir mann weil da irgendwie ich weiß nicht was ist denn das grüne eigentlich die europäische 4 was wir das ding ist ja das ist wie dir ja nur total für sie nur besser ja also er fischen sie vier ist besser als der diamant drill ja das ist schon dann machen wir noch ein bisschen noch mal noch ein bisschen an brägen drauf und dann passt das ja aber geht trotzdem kaputt wir haben keine das ist ja alles gegen reparieren ja ganz ging ja heute ist ein bisschen form angesagt bei mir zumindest gleich habt ihr es wenn wieder in der leitung ja und der fand axel im meter brauchen wir das nicolide sie brauchen wir ja auch ja aber nicht für die solar dinger die ich brauche oder brauchen wir die ja auch nein ich glaube nicht ich frage es mal es gibt ja jeden fall fahren und alles waren was zu sehen das war vielleicht brauchen wir es irgendwann noch und nicht dass wir dann wieder suchen müssen ja egal ob er auch jedes ohr ab die kuh arbeitet ja auch extrem gut ein netter ohr springen hat einfach mega dann baue ich die alle ab noch mehr ich habe jetzt auch schon wieder aber ich habe schon wieder im krieg gegen tick mann angefangen beendet er macht jetzt was mal zu allemann zurückziehen sie sind fast tot ich habe 30 stück jetzt wird es wenn es gestern hat zwar gestorben weil er was tut ich habe einfach was du bist verbrannt du hab ich es nicht bei dem kampf gefallen du bist verbrannt an der war einmal einmal bist ich nicht in der wand und der feuer gefangen die logik muss auch jemand verstehen irgendwo in dem abgeschlossenen raum auf einmal brenne ich ja eben das ist spontan ist selbst entzündung jetzt passiert im netter regelmäßig eben spontan ist man rechnen und diamant was der mann ist immer gut das brauchen wir sogar relativ vieles stecke 5 34 haben wir jetzt also sind wir haben wie 46 50 ja das brauche ich auch immer und eisen eisenbräuch auch war ich das vielleicht und nikolid nikolid auch ganz wie die kunden ich weiß ich sollte beim klaus anfangen nicht den boden unter einem abbauen ja es hat immer vorteil sehr zu geil planten sind zu lange ich hoffe dass wir herausfinden ich habe natürlich keine fackeln dabei wurde das doch wegpunkt der oder hier habe ich auch nicht gesetzt halt mal da ist ja dann dann ist schon nicht auch man rückzug 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 niemals rückzug alter diese sequenzen einfach hardcore gut noch fünf minuten wir sind übel ja pikmen sind echt okay die cheaten die hässlichen die piks diese nicht hässlich und noch mehr wird es dann ja und markus hat wieder sein handy auf laut jawoll lachen kopf ja du bist ein richtiger lappenkopf noch diamanten so wie ein lappenkopter und und lava gefunden so schlecht lappenkopter irgendwie hätten mich grad 70 pikmen aber keiner von denen schafft zu mir herzulaufen ist nicht geil und da sein headzettel ja erst erst mit dem handy das ist ja schon wieder noch was zu langsam aber es ist einfach zu viel man hat es nicht geschafft alles abzubauen was irgendwie so drei adern hintereinander waren von verschiedenen orts ja schon viel lassen da ich zeit bis die dinge explodieren das ist unterschiedlich drei sekunden ungefähr ja es ist variiert schon scheiße bei einem kohle adern sind halt nicht weil die sind viel größer wie der rest darum explodieren die auch einiges was so ich bin direkt am grundgestein deswegen bin häufiger finde ich hier so viel scheiße aber noch mehr diamanten alter was ich diamanten gerade finde sehr übel aber ich brauche redstone leger nicht die ich habe zwei stecks redstone ok genehmigt sie dürfen zurückkehren ich habe fünf redstone ohr was ungefähr eineinhalb stecks entspricht also fehlen noch mal wie ich auch ja und dafür habe ich aber noch für die diamanten gefunden ich noch mal 20 gold 20 lied eines technikolite ist der kopf ist ein halbes der kopf habe ich nicht das habe ich auch so viel so relativ viel das gar nicht als du siehst du bist du eine farbe findest und die baust du ab da muss ich hoch rückzug und kohle ich habe viel kohle gefahren ja ich auch brauchen wir ja auch für kohle dass alle nähter ist ja aber kohle das hatte ich letztes mal schon oder ist noch trotzdem eine ganz würde ihn hatte ich schon komplett verproduziert weil ja aber wir müssen trotzdem kohle nach produzieren wir brauchen hier noch eng für die für die atomkraft verbrauchen wir ja also ich habe also wir haben jetzt nur medium wollte eben wir wollen ja high und für die high voltage brauchen wir noch acht mal so viel von allem ja da ist ja nicht viel nein viel mehr als acht mal die acht mal so viel von einem einfach alles war für eins dann wir brauchen ja bei drei acht mal so viel wie wir es jetzt gebraucht haben quasi jetzt haben wir ja vier und wenn wir jetzt acht mal nehmen dann wenn wir genau richtig aber trotzdem acht mal das ist auch heftig das dauert weil wir das gefahren haben wenn jetzt mein jetpack leer geht bin ich am arsch auch mein jetpack das soll ich auch noch darauf achten im meter ja das wäre sehr praktisch ich hoffe ich bin mit sie wenn weiter ich guckte hier nicht ob ich hier rauskomme irgendwo das wäre sehr praktisch und auf endermann guck weg endermann ja auf jeden fall ist bei sven geht sofort weiter ohne cut ohne hier doppelten boden und so einen scheiß hast du wieder wohnen ja du machst gleich weiter soll das heißen und gut ist also ich bin raus bis zum nächsten mal tschüss das